Servus und hallo! Ich habe mich versprochen in den ersten zwei Sekunden. Hey! Ein Düpp, zwei Düpp, Düpp, Düpp. Alrighty, geil. Servus und hallo, ich bin der David aus der Klangfarbe und ich erzähle euch heute ein bisschen etwas über das Evans Sensory Percussion. Ein neues Trigger-System, das Evans vor kurzem herausgebracht hat, wo es nicht mehr nur darum geht, seine eigenen Schlagzeug-Sounds zu triggern, sondern einfach viel mehr aus seinem eigenen Instrument herauszubekommen. Das Besondere an diesem System, was Evans entwickelt hat, ist, dass diese Trigger nicht mehr nur einen einzigen Schlag wahrnehmen können, sondern viele verschiedene Zonen über der Trommel wahrnehmen. Das heißt, es wird jetzt einen Unterschied machen, ob man in der Mitte schlägt, auf der Seite schlägt, mit dem Stick auf die Kante schlägt, mit dem Stick nur mit dem Tipp auf die Kante schlägt. Man hat ganz viele Möglichkeiten, neue Musik zu machen oder ganz neu an sein Instrument heranzugehen. Um das Evans-Portal vollkommen auszunützen, steckt man das Ganze an einen Computer an und mit der Software, die Evans einem da zur Verfügung stellt, kann man dann alle Einstellungen treffen, die man dafür braucht. Also, wofür kann man das alles benutzen? What the fuck is this? I don't know. Natürlich geht es auch dafür, dass man einfach seine normalen Schlagzeug-Sounds noch mit zusätzlichen getriggerten Sounds verwendet, aber das ist nur ein kleiner Teil davon, was das Sensory Percussion echt kann. Es ist nicht nur möglich, dass man das für normale Schlagzeugtöne benutzt, sondern auch für Synthesizer-Töne, für Klänge wie zum Beispiel Klavierakkorde oder für andere Möglichkeiten, die mit eigenen Samples programmierbar sind. Also, im Endeffekt, man kann damit fast alles machen. Also, was bekommt man alles, wenn man sich so eine Sensory Percussion Box jetzt kauft? Was natürlich einmal damit kommt, sind drei Sensoren für dieses System. Jede von diesen Sensoren kommt mit einem dazugehörigen Kabel und das alles kann man anstecken, am inkludierten Evans-Portal. Das Evans-Portal ist gleichzeitig ein Audio-Interface, aber auch ein Punkt, wo man diese Sensoren anstecken kann. Was auch dazu kommt, sind zwölf sogenannte Pickup-Elemente. Diese Elemente klebt man noch ein Fell drauf, damit der Sensor das Fell am besten erkennt und damit er auch weiß, welche Zone zurzeit angespielt wird. Was man auch dazu bekommt, ist ein paar Sticks, die extra nur für dieses Modul gemacht wurden. Es sind 5A-Sticks von Promark und die Muster drauf gibt es nur bei diesem System. Soviel einmal zu den Hard Facts. Aber wie sich das Ganze in der Praxis abspielt, vor allem wie es sich auch anhört und wie man vor allem die ganzen Zonen trainieren kann, das schauen wir uns jetzt mal an einem Kit an. Die vorgebauten Training-Sets von Evans kann man hier unter dem Trainings-Menü unter verschiedenen Leveln finden. Das erste Level sind die ganz Basic-Sachen, wo man mehrere Zonen für die Spielflächen einstellt, damit man einfach mal loslegen kann. Wie man loslegen kann, ist, man klickt einfach auf ein Level drauf und dann gibt es einen an, was man alles trainieren muss. Das heißt, für die Snare wäre das einmal die Mitte, den Rand, den Rim-Kontakt mit dem oberen Teil des Sticks und den Rim-Kontakt mit dem Tipp des Sticks. Wenn man alle seine Sachen so trainiert hat, kann man loslegen und spielen. Hier gibt es viele Möglichkeiten für verschiedene Sounds, die man da herausbekommen kann, von Schlagzeugen über Synthesizern zu eigenen Samples, die man hineinladen kann. Da ist einem fast kein Limit geboten, was das Ganze angeht. Wir werden euch jetzt in ein paar Soundbeispielen zeigen, wie man dieses System einsetzen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, das war es von uns zum Thema Sensory Percussion. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kommt einfach bei uns vorbei. Wir sind immer happy, euch zu helfen und wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.